ja herzlich willkommen zu einem weiteren täglichen booster hier auf meinem kanal heute zum ersten mal mit einem neuen mikro ich hoffe die qualität ist in ordnung ich bin immer noch dabei das zu testen und eventuell richtig einzustellen da muss ich noch mal schauen wie gesagt hab da noch mal ein bisschen nachsicht falls sich das jetzt etwas komisch anhört das meine allererste aufnahme damit ihr habt ihr schon mal den code ja gönnt euch und dann legen wir mal gleich los mit einer feuer energie das morpeko liegt immer noch da das soll uns glück bringen der schmetterhammer dann haben wir kingler der hypertrank thermopod habe ich glaube ich auch schon in jedem booster bisher gezogen das non non dann haben wir flunkiefer gottini goldini so jetzt müsste die reverse kommen jawohl ein wulpix sehr sehr schön und ein noktu non holo ja dann bedanke ich mich bei euch wieder fürs zuschauen und wenn ihr wollt sehen wir uns morgen im nächsten part wieder bis dahin ciao ciao